Ich hab' dich kaputt Dein Te- Hä? Was hat das? Hallo Unbekannter Hallo Hallo Wie geht's? Wie steht's? Alles senkrecht? Alles von dem Schritt? Ja, alles... Wer hat das letztes Mal gesagt, alles tritt im Fit? Jetzt geh' mal doch von den Kass und nigg' nicht so viel! Hä? Ich... Alles viel länger gesprochen Wer meinte der Luca? Boah, wie werden die ranheizten Sachen? Hättest du nicht vom Lenken an... ... nie vom Lenken geredet, ne? Alter, einer ist in dir gespawnt! Mann, ich kann im Stream nicht hochscrollen? Nein! Doch! Jetzt kann ich hochscrollen Meine Fresse, Alter! Alter, wie viel Prozent Schaden hast du? Alter! Irgendwas für 40, 41 Das ist echt unnötig, wenn die in einem spawnen Anstatt einfach irgendwie an den Standstreifen zu fahren, oder? Ja, ist echt so! Das wäre genauso, wenn du dich schwer auf die Autobahn mit deinem Anlast stellst und dich ausloggst Kannst du noch fahren? Ja, ne? Ja!